Auf geht's, zweites Spiel. Oh, ich bin wieder aufwärts, ne? Ich bin abwärts. Was stimmt denn? Daheim, da haben wir aber wenig Fans, Alter. Junge, Junge, Junge. Ich spiel, ich spiel meiner Karriere, so ein richtig schwaches Team, Alter. Ich werde nur 800.000 Tast-Half-Buget, aber ich soll die Saison mit 10 Millionen Tast-Half-Buget bänden. Finde den Fehler. Ja, mit einem Viertelgisten aus England oder was. So. Also alles niedrig, weil wir Finanzen sehr hoch, ich muss... Und schon ist die Kugel weg. Faire Einsatz hier. Boah, komm. So viel ist nicht mal mein Gatsch auf einwärts, dem Jungen, oder? Vielversprechender Angriff, aber dann kommt doch noch einer dazwischen. Da ist er da und kann die Flanke abfangen. Er bekommt Hilfe. Und er geht am Gegenspieler vorbei. Da geht er dazwischen. Der kleine Junge hat es geschafft. Hey, da rennt aber immer. Oh, nee. Jetzt ist der Angriff dort gestorben, der Gegner hat den Ball. Der Ball ist weg und jetzt... Wir kommen an jeden perfekten Ball, Alter. Oh, der gewinnt den Zweikampf. Oh, der Pass war nun, ne? Oh, jetzt ist das... Das Spiel will nicht, dass ich groß schieße. Spiel sagt, nein? Gut, den Ball hier im Mittelfeld erobert. Uh, oh. Ey. Boah. Der wird sehr krass. Pässt er aber von hinten raus, Alter. Da tritt er ihn fair vom Ball. Das könnte gefährlich werden. Oh. 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 Das war ein krass. Ach, ich bin jetzt so schwul mit den Trikots als Teuter, Alter. Oh. Ganz stark gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit. Da kommt er raus und nimmt dem Angreifer den Ball ab. Sehr guter Einsatz. Genau richtig geteilt. Sepp. Jetzt wird's gefährlich. Und da gibt der Freistoß. Und da gibt der Freistoß. Ich soll ihm diese Scheiße wegmachen, das ist ein Teutern. Ein selbes Trikot? Oh, wird def. Ich kapier das nicht. Kommt mal schon. Oh. Sind's echt, sind's mal nachverboten. Ich hab mal ne neuer Trikot grün oder so. Wenn die in schwarz spielen. Oh, da kommt bestimmt beim nächsten Patch. Er entscheidet auf Beistoß. Ne, ne. Die Kitties werden schon das ganze vorum zu geflamed haben bei EA. Oh, okay. Ich hab' die Frage. Wenn ich schieß. Oh. Das macht der Kunde den Ballel da fest. Oh. Ach. Lol. Leider wohl da hüllen zu. Ein kratz-schlechten Platz an. Alter. Geht's. 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 Es gibt's. Einwurf. Boah, Leo, ich hab' ich gedacht, du spielschnell. Oh, ne, ich hab' ich hab' das angekommen. Ich hab' das angekommen. Ich hab' das angekommen. Und nicht zuvor. Und jetzt also. Schweinsteiger. Oh, ne. Ich hab' das nicht. Den hat er wohl nicht richtig getroffen. Ja. Der ist kaputt, und dann. Ich hab' das nicht vorbei. Ich bin hier mit dem. Oh, ne. der automatische timer abgeschaltet durch gewesen aber so wird die ausmachen ja bei mir steht auch so dass der stelle ecco tv sich in drei sekunden selber aus ich mache das auch aus ja das ist eu rechte da haben sich die politiker oder was tolles einfallen lassen die funktion muss aktiv bleiben ich kann es ausschalten wie alt ist der ist ganz neu ich kann das besser dass es nicht abschaltbar ist weil die feinen haben wir so wollen etwas älter in deutschland der antwort auch da die situation geklärt auch stehen ich darf das das ist der pokalzeit keiner treffen die wichtigen spieler aus bis sie den scheiß baller und man muss prioritäten setzen jetzt wird gefährlich werden die defensive steht warte mal abniss der woche bei der flichtspieler nächste woche jetzt gibt es die gelbe karte vertretbar denke ich sie wollen die gegner laufen lassen guter seiten wechselt gibt es jetzt die gelegenheit also da kommt im körper durch geht weiter hier viertelstunde luft anhalten dann ist weg dann bin ich auch weg das hätte ich sein können gut genug oh nein so vier minuten nachspielzeit werden die angezeigt da lässt er den gegner aussteigen mit dem ball am fuß richtung gegner durch das tor gut aufgepasst der hat die flanke nix den tors geht vor mir nicht anzunehmen klasse aufgepasst er kommt an den ball haare kämpf super ich warst manche treffen wir so richtig oft also richtig wenig torschüsse manches genau das ihr habt einfach bloß land das muster unbedingt ablegen ich muss ich muss diesmal mehr käfig ihr müsst dieses fieber gegenüber dieser film in der kamera ablegen das geht so nicht der mann und zockt zwischendurch voll oft und die mailteam wie macht er das jetzt ist bei facebook angeschrieben also das einmal bei 416 wegen dem fooddraft weil die milch der die ganze zeit rausgeworfen haben wegen dem token was kann nicht sein das war kein fauler naja aber das war alles das war faul ecke freistoß elfmeter du übertreibst ja gleich wieder aus dem ball laufen aber noch fehlt die lücke in der abwehr schon gut ja das hätte auch ich sein könnte mit der führung klappen können leider nicht schwer gewesen ja das ist ein bisschen was er so mal noch schwer dabei liegt immer gleich viel so ein quatsch ja das ist definitiv sie spielen richtig gut und hatten ja schon einige guck mal wann er springt zack ja reaktion muss schon auch ne will ne eiskalt reaktion wie so ne wandert dünne aber sonst läuft's ach schade gutes stellungspiel das schieße ich den liegen gebliebenen kann man so machen aber dann ist halt scheiße ball kommt in den strafraum aber der verteidiger löst das ganz souverän ja auf mich zu befummeln mann ne das macht ihr bei mir auch jedes mal nein alter ich kotze ab alter was ist das für ne scheiße wir müssen den scheißball ins torneid fahren und da guckt er es auf beruhig dich André ist nicht die stämme zu also halbe stunde noch dann ist das spiel vorbei bender gibt es jetzt die gelegenheit klasse technik ball draußen wird einwurf geben der rechtsverteidiger hat das absatz aufgehoben 9 0 alter Julien Sturz aus dem Bier tut dir diese kacke wieder auf kann ich nicht hinweg es gibt auch kannst du bei YouTube und hier ist noch alles drin also bist du die anderen Videos jetzt hochgegangen dauert das noch ne Woche jetzt wird es gefährlich den ball holt er sich vollkommen problemlos fairer Einsatz hier oh das sah gut aus bis hier hin aber jetzt haben sie den ball verloren ach ne warum geh ich da weg brady ganz stark gemacht das gibt eine gute gegenseit abseits das war auch ein abseits abseits ist wohl ein tick zu früh gestartet wuuu 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 wenn er nicht zu stark war na oh ne stunde geworden dann kommt so das tut mir leid jetzt liegt es vor allem an den kreativen hier mal eine Idee zu entwickeln sonst kommen sie gegen die abwehr nicht durch na da wollte ich noch nicht mehr gehen das war unkonzentriert alter ich stütze den Mann zurück und alles ausgeglichen den Eindruck hatte man vom Spiel aber auch so ah danke Sepp wir waren aber schon quitt lauf wird es jetzt gefährlich zurück ooooo da geht er gut in den Zweigampf nicht wahr alter ich nicht wahr alter voll ne nutze alter voll ne nutze lass ich nur feier gehen hehehe hehehe den wahl holt er sich hehehe beides wird er das André-Syndrom unterwegs kurzer Pflege zur Uhr viertelstündchen haben wir noch uu hohen bälle die Sondheim kurzer Unterbrechung der Ball ist im Seitenhaus ich könnte mal Schokotrinken gebrauchen oder nicht das ist das lange brauchen mit diesem Weilen Tömer jetzt ist die Gefahr vorbei der Tömer ich glaube ich mach oh Mann oh 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 so wird das nix mit Schuss na toll das ist voll nicht gerechnet alter und ein weiteres Tor auch das geht in Ordnung sie zeigen eine super Leistung heute der Tor war von Anfang an heute unsicher und jetzt auch in dieser Szene wuschi ja die Mannschaft braucht ich guck's ab die kann er heute ich komm an jeden Ball ja und zwanzig erstmal gerätchen alter wollte schon sagen schon der Grad durchstrecke und ein Kopfball der wäre gut gekommen aber der Spieler blockt den Ball Haarek zur Ecke abgewehrt ach hau ab alter doch mit dem Kopf dran aber der Ball geht daneben dieser Abschluss nicht präzise genug Na Olaf Mann 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 Bänder er ist heute viel gelaufen Bänder mit Geländer jetzt müssen sie aufpassen Ah da geht er vorbei Können Sie verkürzen Oh Oh das geht es nicht immer ein scheiß Fuß Alter Und jetzt Oh 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 Und deshalb der Abschluss auch nicht platziert genug Leon fängt es jetzt auch so an oder was Was Hä Ich muss ich jetzt einkriepsen Ja Jetzt könnte es gefährlich werden Boah Gefährliche Flanke Was klar Der geht in den Strafraum aber der Verteidiger löst das ganz souverän Oh Das war sehr gut Ja Komm ja genau Schieße aber weg Ok Ja Für den Ball behalten Reus 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 Souverän Er hat den Ball Warum in die Mitte Warum in die Mitte alter wo alles viel ist Alles kann Da geht er weiter Tor vorbei Schieß das so Ich verstehe das nicht Und mir trefft da jedes Ding Schade 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 Schade